So, alles fresh, boy. McPow is back. Und jetzt geht's ab, Alter. Muss ich mal... Texte am Stück machen. Drecksau, Alter. Du. Zart. Ja. Jetzt, Alter, was wir alles gewöhnt sind. Oh, Mann. Alter, Drecksau, Alter. McPow is back, Alter. Gibt jetzt die Stars her, Alter. Da gibt's bei gefühlt 5.000. Komm, Alter. Und jetzt. Gibt dem Power die Power, Alter. Komm, 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 komm. Ihr Fotzen, Alter. McPow is back, Alter. Ihr Fotzen. Raff ist mein Geist. Wow. Danke. McPow is back, Alter. Ja. 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 McPow, Alter. Gib die Stars, Alter. Gib me Stars. Ja, genau. Thanks, Mann. Thanks. Läuft bei dir? Läuft. Wie heißt denn die Türkei der Markt? Was? Was für ein Passat? Geh auf dein Passat, da kriegst du auch deine Likes, du Bauer, du alter Türkei. Ja, genau. Du alter Sauer, Alter. Ich brauch mehr Licht. Schnauze, ich will mehr Likes, Alter. Oh, Schnauze, ich will mehr Likes, Alter. Du bist echt verrückt, Alter. Mit Power is back, Alter. Ihr Hurt, Drecksäcke. Keine Säcke, Alter. Servus, Alter. Power, Alter. Ich hab ADHS nicht gewundert. Oh, Dankeschön. Schnauze, Alter. Mit Power. Radium, einladen. Du bist durch. Du bist durch. Ja, ich bin auch geistig behindert, Alter. So ein richtiger geistiger Junkie, Alter. Die Crackies und Tudi-Überschrift, Alter. Dankeschön, Dankeschön. Schnauze, Mann. Ich will mehr Likes haben, Alter. 438. Komm, komm, komm. Gib dir ein paar Stars, Alter. Gib dir ein paar Stars aus. Ihr Schweine, Alter. Geil. Gleich folgen, Alter. 100.000 Abos brauche ich, du Schweine. Gleich folgen, Alter. Mir Herzen geschickt. Gleich folgen. Schenk mir pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. TikTok-Star ist, bitte. Ihr Fotzen, Alter. Gibt mir ein paar Likes, Alter, ihr Drecksäcke. Du bist echt einer, Herr. Ich liebe euch doch. Sonst geht's. Ja, freulich. Nochmal! Ich hab bloß meine Medi nicht! Ja, Mann! Dankeschön! Das ist meine Medi! Alter, du bist echt durch! Schickt Brillen, Alter! Ich brauche eine neue Brille, dass sie euch besser erkennen kann! Du bist echt durch! Alter, die Schweine sind schon auf die Schlachtbank, Alter! Schmecken die Garten! Macbauer! Du bist echt! Macbauer, du bist echt! Ja! Danke fürs Frecklach-Smiley, Alter! Du bist echt! Danke! Du geiler Türke! Hey Türke, du geiler Türke, geh auf deinen Bazar, da kriegst du auch deine Likes, Alter! Oh, hat TikTok sowas gesetzt! Oh, danke! Ich hab Artyom eingeladen, aber der kommt irgendwie nicht! Du hast 21 Likes bekommen und ich bin beim mittlichen 3! Ja! Ich bin backporn! Mich darf keiner übertrumpfen, Alter! Der Türke kriegt so einmal alles! Ich erschlachte eh bald noch den Erdogan ab, also steck dir nicht bald die Lire in den Arsch! Jaaaa! Habe ich heute... Hallo! Habe ich heute schon Jimmy... Habe ich heute schon Jimmy... Habe ich heute schon Jimmy gesagt! Der hat mir Lire in die Hand gedrückt, der Jimmy! Hä? Der Kackler! Der Kackler! Habe ich schickt dir den Erdogan an den Arsch, den Wichser, Alter! Ja, hallo! Der kommt weg! Der kann ja gar nichts scheißen! Lass es, Alter! Was denn? So was? Nichts sagen! Sonst kommt wieder eine Warnung, Alter! Wegen Erdogan-Bestimpfung, oder was? Da wird gar nichts mehr sagen! Da können die Lire in den Arsch decken! Dankeschön, Alter! Dankeschön! pink! Macpower, was los? MacPow!!! Hier! Wenn ihr mir jetzt 2000 Likes gebt, dann kriegt's die Wurst gratis! No, man! Dann gibts die Wurst gratis! Jaaaa! Ich hab nur eine ganze! Vorbei! Gleich vorbei! Wir müssen uns mal treffen, Alter. Wer bist denn du überhaupt? Ich meine nur, mein schlechter Albtraum? Ich hab's schon gewusst, aber ich hab davon nichts gespürt, noch nicht. Du Drecksauer, Alter. Du Schwein. Das ist auf die Schlachtbank, du türkisches. Und schmeckt's? Naja, freilich, wenn ihr mir 2000 Likes gebt, dann endlich mal, da gibt's diese, ihr habt die letzte Chance. Die Wurst ist noch gratis. Und obendrauf biete ich noch euch Bärenmarke Kaffee. For free. Und ich geb noch eine drauf. Wasser mit Geschmack, Alter, von Kaufland. Ihr geilen Säcke. Und fünf Kippen. Also gib mir eine Million Likes. Und zwar RUTTI. Oh, 1,2K schon. Du bist echt durch, Alter. Wow, die war sogar geil, danke. 1,2, 1,3K, die waren sogar schon noch geil. Du bist durch. Ich bin durch, ich bin der Himmelkron, weißt du doch. Das ist das Abwegneste. Ja, ich weiß. Das ist Alcatraz 2. Da muss ich mit dem Bus irgendwo hinfahren, damit ich zum Bahnhof komme, Alter. Oh Mann. Fünf Kilometer bis zum Bahnhof. Ihr geilen Säcke, Alter. Kommt, Leute, was lohnt, Alter. Ich mach auch aus und weise mal die Helligkeit auf plus tausend. Komm jetzt. Du bist echt einer, Alter. Wir müssen uns mal wieder treffen, Alter. Komm, gib dir die Wurst, gibts gratis, Alter. Habt ihr es nicht verstanden? Mit Power is back. Wer bin ich? Ich lieb dich auch, du weißt. Du bist einfach nur so im Gehirn. Ach, mich? Michelle, du bist es. Hallo. Digger, der ist dunkel, er hat eine Sonnenbrillade am Ende nach. Ich bin Mac Power. Privatsphäre, habt das schon mal, haben du davon gehört? Ja, schon, aber. Alter, keine Säcke. Gar nicht, Alter. Ich bin Mac Power, ich bin Rapper vielleicht? Ihr Sprechsecke, man. Rapper laufen auch jeden Tag so rum. Ja, man, das ist Privatsphäre, davon kennt ihr euch nix, oder? Ihr Fotzen, Alter. Ihr geilen Säcke, Alter. I love it, baby. Ich hab das nicht so, Alter. I love it, baby. Gecheckt aus, Alter. Live mit Musi und Olli. Wie bei Radio. Live wird's dann lieben. Ja. Wow. Oh, die Rakete. Dankeschön. Alter. Tricksau, Alter. Ich will gewinnen, Alter. Gib mir mal ein paar TikTok-Stars, Alter. Hop, dabei, dabei. Doch, freilich, mir geht's gut. Ich bin bloß benebelt. Ja, Mann. Lass laufen, den Beat, Alter. Es regnet. Ich werde feucht. Dein Säcke, Alter. Mir geht's schon gut. Ich bin bloß benebelt. Ja, mit deiner Wurst, Alter. Soll ich die Kippe anzünden? Du mit deiner Wurst, pass auf, dass sie nicht zu Ende geht. Ich hab die letzte Chance. Drei. So. Beat ist am meisten. Gib euch noch eine 50 Sekunden Zeit. Dann ist vorbei, aber endgültig. Exitus, Exitus. Dann schick ich den Türken da rechts neben mir oder links. Ja, so sieht's aus. Oh, Mann. Das ist feil. Das ist feil. Pute bei. Okay. Das ist Schwein. Passt auf, du gewinnst gleich. Deine Fans wollen von dir die Wurst. Ja. 2000 Likes, Alter. Ab dabei. Da gibt's ne ganze Wurst von mir aus. Oh, Mann. Schick's halt bei Post. Ah, der Porto zahlt ihr aber. Ich war echt lang nicht mehr live, Alter. Aber auf 10 Euro Porto für de Wurst, bitte. Müsst ihr schon sagen. Alter, ich höll dich so live jetzt, ey. Klaust du, Alter. Mein Airport. Ja, dein Airport. Gott. Ja. Digga, du bist echt durch mit deinem Arm. Ich bin normal, Alter. Oh, geil. Dankeschön. Ihr geilen Böcke, Alter. Mach 3K voll, Alter. Geil, Alter. Ich höre, geil. Wenn du 3K machst, da gibt's was gratis. Äh. 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 Äh, Sbarue auch glauben, Alter. Ja. Jaaaa. Revasche, Alter. Gebt direkt Eckel. Du bist echt, Ahi-Ladala. Du bist durch im Kopf. Komm, let's go, here we go. Lass knacken die Würbe, Alter! Lass die Würbe knacken! Die geilen Böcke, Alter! Wer bietet mehr 2000 Euro? Oh, geil! Nicht den U-Türken unterstützen! Der ist gerippt! Ja, ich bin gerippt, hier! Gerippt, nicht gerippt! Ich bin Final Destination, Alter! Ich bin Sales Fiction, Alter! Die Brille, die X-Men, Alter! Bei dir sieht man voll, dass du genebelt bist bei deinem Handy, Alter! Ja, ich bin ja auch high, Alter! Ich bin high von der Schönheit von dieser... Dankeschön! Schnauze! Ich will gerippt in! Schick dir mal an TikToks da! Her damit! Mit der armes Halmkind, Mann! Ja, weißt du? Ja, das ist ja das Geile an mir! Mir fällt nie was... Mir fällt immer was Neues ein! Ich hab immer neue Ideen! Wir müssen uns jeder mal treffen, Alter! Ja, heute war ich doch in Bamberg! Du alter Türke! Du hast bis auf deinem Bazar bestimmt! Ja, der Türkei wahrscheinlich! Beim Erdhorn! Hast du pokert mit ihm, ja? Um das Land! Wir waren auch! Dreckse! Ich hab die euch doch Ausschau nach euch gehalten! Da waren 100.000... Da waren 100.000 Türken, aber Camusio unterwegs! Ich bin Dix! Ja, keine Ahnung, was Moderator einer treibt! Kann ich Moderator werden! Ich weiß nicht! Ich war nicht lang live! Ich weiß nicht, was Moder... Ich weiß nur, was Moderator ist, aber... Ich war nicht mehr live! Alter! Oh, jetzt hat der noch doppelt so viel wie ich! Ja! Du, den Russen unterstützen! Hallo! Oh! Oh, weh! Es tut mir ja schon mal an Klimmstängeln an, glaub ich mal, oder? Da gibt's ne Verwarnung wieder, eine zweite! Ja? Ich will keine Verwarnung haben! Wie... Wie mit deinem... Jointer, Alter! Oh, ja, Mann! Pisse, Mannicke! Schick aus, Alter! Dann wollen wir's mal, oder? Wirklich! Alter, dein Handy... Du bist so vernebelt, Alter! Mit den Augen, Alter! Das hier die Kamera... Mensch, Herrgottstag! Oh, ja! Oh, je! Ein MC-Power-Kamera! Gleich bin ich da! Pfff... Jetzt... Äh... Mein Zeit! Was willst du? Ich bin jetzt ja immer Modeller-Zeug! Nein! Nein! Bitte Business-Termin, Alter! Das ist Business! What the fuck! Thanks! Danke! Der Drecksack darf noch mal gewinnen, Alter! Ja, wie? Wer war das denn? Leute, wo seid ihr immer? Wer war das denn? Säcke, Alter! Da war der Weih, Alter! Wo seid ihr? Gülle Gülle! Säcke, Alter! Ja! Wie ist das denn? Stundenlang da, schon gerne hier, freilich! Jetzt kommt das schon... Beim Rauch, glaube ich, schon eine Verwarnung. Pass auf! Was, Verwarnung? Ich will keine... Beim Rauchen! Beim Rauchen? Nee, Alter! Ihr Fotzen, Alter! Ihr Geilen! Ich hab echt keinen Bock auf die Verwarnung, Alter! Ich werde euch sowieso noch die Platte rasieren, Alter! Dass der Mund steigt! Ihr Geilen Böcke! Ihr Fotzen! Ja, ihr Fotzen! Ja, ihr Fotzen, ja! Immer mit... Dreckssäcke! Das ist mein Slank, Alter! Ihr Fotzen, Alter! Power's back! Das ist mein Schlachtruf! Mac Power's back! Ja, Mac Power's back! Und der Türke ist keck! What the fuck? Mac Power ist der geilste! 9 zu 6, Alter! Jetzt schickt er aber mal ein paar TikTok-Stars! Herrgott, sonst flieg ich in die Stratosphäre, Alter! Kommt, Alter! Letzte Minute noch, aber... Ja, dabei, 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 dabei! Ja, da, 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 da! Da, da, da! Da, da, da! Juuu! Mac Power's geil! Äh! Wir haben Revanche, Alter! Ja, komm! Komm! Komm, Alter! Shut the fuck, man! Immer das... Hop, 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 hop! Da, weiter, weiter, weiter! Güle Güle! Sanigan! Chica! Asik! Asik! Ding! Was habt ihr heute genommen? Gib mal ein paar Likes noch! 3.000 sind für Mac Power, mittrig, mittrig, Alter! Ihr Bauern! Ja, ihr Bauern! Shut the fuck! Wieso hab ich das noch gesagt? Gibt den Türken keine 3 Likes, ihr geilen Böcke! Kommt! Ich geb euch noch an mein Haus dazu, Alter! Wenn ihr mir 10 Millionen gebt! Ich geb euch noch meine letzten Kippensammlung von 20... von 30 Jahren, Alter! Ihr fotzt! Ja, 30 Jahren! Von meinem Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßvater! Die Zigarren aus den Abi-Zeiten, Alter! Die sind verstaubt! Wie der selber! Ihr fotzt! Ich bin kein Nazi, nur zur Info! Ich laber nur so! Alles gut, Alter! Nie verrecken! Ich hab den Scheunfall noch im Zimmer! Ja! Aber da hab ich kein Bock! Einmal hab ich eine geraucht von zwei! Nie wieder, Alter! Das war noch, Alter! Wo du's bei Live gezeigt hast! Warnung! Oh! Ja, ein Jam, Alter! Power is back, Alter! Oh, Chuchu, Alter! Köln 86! Was? Was? Servus, Leute! Ja, ey! 4 Hans, Alter! Ich muss mehr, Alter! Dawei, dawei, dawei! Oh, danke! 5! Hopp! 6! 7! 8! 9! 10! 11! 12! Ab 1000 gibt's ein Live-Konzert auf dem Max-Platz! Ihr geilen Böcke! Geil! Aber nur Samstag zwischen 13 und 15 Uhr möglich! Ich plan das dann, Alter! Aber ab 1000 Zuschauer, bitte! Bei 1000 Zuschauern! Dankeschön! Dankeschön! Schnauze, Alter! Ich will mehr Likes haben, Alter! McPower ist der Promi! Nicht du, du Türke! Du alte Gammelfleisch-Skandal, Alter! Ja! McPower ist back! Boah, meine Stimme, ey! McPower ist rap! Echt, Alter! Du bist echt! Ich bin halt Science-Fiction, Alter! Ihr geilen Säcke, Alter! Ab 1000 Zuschauer gibt's ein Live-Konzert auf dem Max-Platz! Peace! Ich schwör, Alter! Ich bin dabei! Ich schau dir zu! Ich tu... Ich tu... Freestylen! Und vielleicht komm auch mit dahin performen! Komm auch mit dahin! Aber halt nur, bei 1000 Zuschauer wird wahrscheinlich eh nichts stattfinden, weil keine 1000 Zuschauer reinkommen! Aber ich will's machen! Ich sag... Ich sag schon Starke Bescheid! Den Starke! Starke! Ich bin um 13 Uhr an der Session, Alter! Live on Session, live on Stage, Alter! Geil! Danke für die 15! Schnauze, Mann! Ich will mehr Likes haben, Alter! Ich leide... Ich leg noch die leere Folie... Die leere Hülle noch drauf vom Fleischwurst, Alter! Und die... Und die... Und die... Und die... Und die Gießkanne, wo ich mein Handy dran lehnt! Angelehnt hab! Ja! Ihr geilen Böcker, Alter! Ach, gibt's eben kein Live-Konzert? Ist mir dann auch relativ... Da brauche ich mir wenigstens keine Kopfkapp brechen, wie ich mir den Text merken muss! Hahaha! Punkt zu Komponenteil! Und dann wieder... Ach... 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 Was ist denn jetzt los mit dir? Bist du abgedreht? Hast du was genommen? Ja, ich hab was genommen, Alter! Ich baue das Brack! Den Strack jetzt aufgetreten, der ist schiescht da raus. Oh Mann ey, was ist das für ein Filter hier? Ihr Fotzen, Alter. Ihr geilen Bürger, Alter. Servus, oh nee, wir fahren den Puff nach Barcelona. Ole, 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 schrei nicht so, doch, immer noch mal, ole, ole, die anderen müssen zwar schlafen, aber es ist Wochenende, ole, 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 was dir jetzt liebt, man gefällt dein Foto, Dankeschön. Du bist auch so bei, Koch. Gewonnen, geil. Schnauze, Mann, ich will gewinnen, Alter. Komm, let's go. Gib mir 20, gib mir 100 Likes, gib mir diese Funflasche oben drauf, aber die leere. Und du, du kannst dein Gesicht nicht verziehen, Alter. Kann großes Maul machen. Ah, Daddybeer, Hallöchen. Wenn, wenn ihr mir eine Millionen Likes gebt, dann zeig ich, Schnauze-Türke, wenn ihr mir eine Millionen Likes gebt, dann zeig ich euch mein wahres Gesicht. Oh Mann, was ist das für ein Filter hier? Ja Mann, du bist im Snowboard-Spieling. Ihr Fotzen, Alter. Geil, Dankeschön für deine Rose. Ich will eine Rose haben, Alter. Ich will eine TikTok-Star haben, Alter. Das ist 3999, Coins, Alter. Ihr Fotzen, Alter. 4.000 Coins sind das. Da war, da war, Mann. Hallo, ich will auch was haben. Geil, Dankeschön, Alter. Hallo. Was ist mit mir? Ihr Fotzen, Alter. Hallo. Hallo. Ist mit Power in der Haus? Mit Power, ja. Ich bin ein Cruiser, Alter. Ein Cruiser. Ich flieg durch die City und wir gucken uns an. Nein, das ist ein Fiction. I love a detection. I like a detection. Fuck. Ho, 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 ho. Wenn wir cruisen, durch die City heizen. Du bist Präsident, du bist der Erdogan, oder was? Wenn wir, wir sind die Coolsten. Wenn wir cruisen. Wenn wir durch die City düsen. Wir sind die Coolsten. Wenn wir cruisen. Oh, du bist auch so, ich schlacht dich eh auf der Schlachtbank, du alte Seekuh. Was ist das? Gesicht nicht erkannt, Alter. Jo, Mann. Snowboard, Alter. Motherfucker. So, die. Ja, du musst auch mal durchgeknetet werden von einer, oder? Ja. Wenn wir cruisen. Wenn wir durch die City heizen. Wir sind die Coolsten. Ja, ha. Ah. Hallo? Ah, screen. Hallo, ich will mehr Likes haben, Alter, ihr geilen Secke, Alter. Geil, Alter, sieben Likes, Alter. Ich kann immer. Morgen Abend wieder, aber ab neun. Ah, ich bin der Tod. Hallo? Hallo, ich will immer motherfuckers, Alter. Oh, geil, danke schön. Mit Power in der Haus, Alter. Mit Power in der Mauer, Alter. In der Meere. Im Water, Alter. Mit Power in der Water, Alter. Hallo, ich will gefischt werden. Ich will verspeist werden. Du bist echt einer. Ich glaube, ich bin jetzt mal Beikoch. Oh, geil. Ihr bist das Spiegelei. Ich bin da. Ich bin der Beikoch, Alter. Hallo, immer und schon. Oh, nein. Und schade. Nein, eine Banane. Und schade. Ja, aber so viel Bad haben wir nicht. Chefkoch, machen wir deine Banane. Schnauze, ich zerhack dich, du geiles Zau. Ich bin ein Geist. Oder doch ein Panda-Bär. Alter, wer weiß. Ja, wir haben es geschafft, Alter. Dankeschön. Hallo. Ich bin in der Tonne, Alter. Ihr Fortsch. Ich bin, Alter. Revanche, Alter. Auf geht's, Alter. Revanche, Alter. Na klar. Das zweite Mal schon gewonnen, Alter. Das kann doch nicht sein, Alter. Immer. Immer. Ihr Fortsch, Alter. Verbessern, Alter. Musik, Alter, muss man anhauen, Alter. Reinhauen, Alter. Ja, dann kommen Leute. Die Party muss... Ja, Mann. Hau, hau, hau. Geil. Danke. Gefühlvolles Zeug, Alter. Muss man eipfassen, Alter. Hau, 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 hau. Ich geh fassen. Man hört dich jetzt aber schlecht. Alter. Man hört dich jetzt gar nicht mehr, du impfst. gauge. Hau, hau. Hau. Euch mal. Hau. Ich geh. Genie. Hau. Hier. Amo. Ich geh. Romantische, ist ein Romanze, Alter? Hallo. Ich bin der König. Alter. Gar nichts, Alter. Mit dir wische ich den Boden, Alter. Ah, Jens, was ist das mit dem Musik, Alter? Mach deine Bucke an, Alter. Willst du red? Hier ist der Romanze, Alter. Jetzt komm, Alter. Ich bin die verdunen, Alter, oder? Ich hört mal jetzt leise, weil die Musik an ist. Danke ich mir für deine Rose. Geil, 7-0, Alter. Geil, 8-0, Alter. Bei 4.000 Likes zeige ich euch jetzt meine wahre... Meine wahre... ...weine wahre... ...weine wahre Güsse. Also ich bin fast, fast halbiert, irgendwie. 80... 80 Likes, so 800 Likes. Und dann gibt's mein wahre Güsse. Happy Power, wach los! ...weine wahre Güsse! Wir fotzen, Alter. Hamster! 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 Ah ja. Ihr F***er-Fotzen, Alter! Hallo! Ich war's ripportet! Du Drecksauer, Alter! Wenn der mir doch 800 Likes gibt, dann gibt's mein wahres Gesicht zu sehen. Oh, dass wir lange nicht mehr gesehen. Und dich hau ich zusammen, du Bauer, Alter! Beim nächsten Mal! Hört er mir! Schon wieder gewonnen! Geil! Danke, Alter! Ham, Alter! Jetzt zerflüge ich dich! Jetzt zerflüge ich dich aber richtig! Gib ich mir eben selber Likes! Oh Mann, ey! Wie bist du auf Level 12 gekommen? Ich? Ja? Äh, ich hab Geschenke verteilt und dann hab ich halt... Dann bin ich auf 12 gekommen. Ich hab mir selber Likes gegeben. Ist auch mal was? Selber geben? Ja? 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 Danke! Gib mir die Brille, ey, ihr Feckers! Gib mir Brillen, Alter! Ich brauche eine neue Brille für McPower Style, Alter! Ja, McPower Style! Ja? 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 Drecksäcke, Alter! Gib mir neue Brille, Alter! Ich muss saufen, Alter! Ich muss mich stärken für die... für die Nektar-Halben-Stunde! Oh, geil! Du bist auch... Du bist auch... Du bist auch so ein Hund, oder? Wenn es 100.000 Abonnenten gibt... Dann gibts einen Privatkurs... Eure Hütten! Ich mach dich schon! Ich komm schon, ich gucke nach Hause! Und spiel für euch! Nein, eine Stunde! Komm, Alter! Gib mir einen geilen Hund! Komm, mach! So, fertig! Ich komm zu euch alle nach Hause! Aber da hab ich für einmal... Die nächsten drei Jahre was zu tun! Bin ich über 1.000 Abonnenten! Aber ich... Oh, Mann! Ich will nur mit dem Zeug bestimmt nicht mit Privatkonzerten im Wohnzimmer gehen! Ja! Das wärs noch! 100.000 Haushälter abklappern! 100.000 Leute! Ja! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! This's the rainy morning! This morning's a fire and a laugh! What are you up with!! Over! This time it'll never DHT clinics haveziatoval abbe dinero! Oh, Mann! Was ist'n das für Filter, jo? Make power as highback, alter? Make power as rap! Yeah! Okay! Warum ist Artim nicht gekommen, ja? Artim! Ich will kein Kind von dir. Okay, danke. Ich habe Arschloch, Alter. Wenn mich fickt dann alles vorbei. Der alte russische Schwanz, Alter, das soll ich dir mal ganz... Ich bin da selber groß, Mann. Russen und Russen zusammen geht nicht gut, Alter. Ja. Oh. Es ist ja, gibt es einen Nachfolger von Necktau, Alter. Wir würden öfters live gehen, Alter, mit Artim, Alter. Artim! Mac Power in der Haus, Alter. Mein Wanz ist größer, Alter, als dein Charme, Alter. Du bist auch so, Alter. Oh. Danke, Schatz. Dir auch noch viel Spaß und schönes Nächtler. Und du bist auch so ein Blitzist, oder was? Wie du auch siehst. Wiedergewonnen, geil, Alter. 3-0. Jetzt gibt es auch noch. Revolte, Alter. Komm, Leute. Jetzt gibt es aber Action-Reihe. Jetzt gibt es aber aktiver, Alter. Komm, let's go. Wenn ihr die 4K-Likes oben voll macht, gibt es mal wahres Gesicht. Und den Polizisten haue ich zusammen, Alter. Den Polizisten, Alter. Aber schau jetzt weg, der Polizist noch zu. Im Hintergrund. Geheime zuschauen. Geheime zuschauen. Unsichtbar. Wie sagt man dazu? Geheime zuschauen. Ohne im Hintergrund. Der Polizist war Kaugummi. Das war anstrengend. Eine ganze Stunde. Das Programm, Alter. Mir fällt gleich so ein. Geheime zuschauen. Geheime zuschauen. Da gibt es mal 1000 Likes. Dann gibt es aber wirklich mein Gesicht zu sehen, Alter. Und die Türken back ich in den Ofen, Alter. Äi-ha-ha. Klauze. Komm her. Feild. Schau. Jetzt komm ich, Alter. Das bin ich. Geheime zuschauen. Geheime zuschauen. Látti, drucktu of til spilkjömbrið. Du gert man að bita of mynd byltsjöfum vorbregsað ekki um syggjum, æla. Jalla, 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 j Okay Mac Power, wieviel sind bei dir drin? 5000, ich bin der alter Opa Null Alter, jetzt ist keiner mehr da Bei mir ist keiner noch drin Wenn 5 von euch beitreten, dann zeige ich mein wahres Gesicht Ja, ich treffe einfach 5 Ja, ich will ja irgendwann mein Angebot loswerden Ich will es heute noch schaffen Ich habe noch 33 Minuten Zeit Ja Aber du, kurz Für 2 Sekunden Ich will wieder Mac Power Ja Kommt Leute, auf das Bildschirm tippen Meiner ist noch bei mir drin Bitte mach das Alter, 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 Alter Gib mir mal ne TikToks da, Alter Ich brauch Kohle Wer da einmal das Heim kennt Ich muss mir nur das kaufen Ich will ja nichts dagegen sagen Ich muss ja eigenmarke schon kaufen Du musst aufpassen Auf einmal machen die das Und dann hast du gar nichts mehr Dass du denen geben kannst Keine Wurst Kein Getränk Dann liegst du da Mein ganzes Schreiben Ich will mit der Hose Nackig nur Nackig rumlaufen Stell dir mal vor In deine Kommentare schreibt einer Ich will diese Wurst und sie Getränk Was machst du dann? Dann sag ich Fickt euch Es ist mein Leben Okay Ich verlos die Brille mit Original Natur Originalunterschrift von Mac Ein Wert von 3000 Ja, ein Wert von 3000 Das ist eine Rappen Das ist eine Rappen, du alter Türke Geh in dein Ghetto Hallo Hallo Siggi mal Ich gebe den Gäbchen Ich gebe den Gäbchen Siggi mal Komm, auf Bildschirm tippen, Leute Hamdula, Bruder Hamdula Wie alt Das ist eine Worte, wenn man sich aufregt Jetzt wieder Ey, das geht Das krieg ich Schnauze, Alter Was ich immer Weil ich bin so aggressiv oder was So ehrlich Ja, kann sein Alle sagen, du sagst Die Trotzin, Alter Es gibt immer noch einen Distrack, Alter Zum 1. August, Alter Demnächst zumindest In den nächsten 2 Monaten Gibt es einen Distrack, Alter Gegen dich Gegen dich Ah, ja Ja Mussi des de Mussi Ja Komm, Alter Lass kämpfen, Alter Schnauze Wenn du die Eier haust, Alter Stick dir geht, Alter Jarak, Alter Leck mal Jarak Ja Aber ich bin mir gesperrt Wegen dir, du Amunah Alter, doch Amunah Koyum Das ist das Wort Was mir nie wieder Manchmal nicht einfällt Amunah Koyum Sicky, Alter Hurst Bok Kommt, Leute, Alter Du bist in deinem Bok Lassacke, Alter Kleine Laune Hallöche Ich bin ein Weihnachtsmann Alle schlafen schon Leute, tippt auf das Bild So siehst du auch aus So siehst du auch aus Hamdula Bruder Amunah Koyum Oder Amunah Koyum Amunah Koyum Du bist geschlachtet, du Huren Drecksau Immer mit einem Vielachten, Alter Wenn ihr mir jetzt noch in den Letzten 29 Minuten 3500 von mir aus Likes oben vollkriegt 300.000 Dann gibt es diese Brille Nein Die brauche ich natürlich noch Da gibt es Ich habe noch eine andere Brille Die gibt es Signatur Unterschrieben Von mir Aber es gibt von mir Eine Gratis Wasser von mir Zumindest Unterschrieben Original Unterschrieben Auf der Flasche Von der Flasche Von der Türke Stopfe ich da in die Flasche Nein Ja Genau Das ist der alte Flaschengeist Das ist der alte Flaschengeist Dann stopfe ich in eine Flasche Nein Zuerst du dir also Zur dicke Liebe riskierst Ich liebe dich auch Ja Uro Urusburg Sieg der Gibt Nassim Nassim Du sagst, wiegeleide, ich brate dich in die Pfanne, du altes Ei Einer ist da drin, wie viel ist denn bei dir drin? Schnauze, null Null Ja Nick Power's back Ich hab doch vor zwei Stunden schon mal gepostet, dass ich live gehe mit dir Unter anderem Ja Können keine 50 Leute wenigstens mit 9 Ey Ich will bekannt werden, Mann Ich will das mal bei 3500 Mann Zuschauer mal Oh Ihr Trickfinger Thomas Schimm Das Problem ist, wir gehen nicht so oft live, das ist das Problem Das ist auch anstrengend, ey Jetzt haben wir schon über eine Stunde Und wir können nicht aufhören Ich hab gedacht, eine Stunde reicht, aber das ist mal süchtig Der Akku Der Akku sitzt bei 43% Weil ich den Handicall auf Max eingestellt hab Ja, okay, bis dein Akku leer geht, können wir live weg gehen Weitere ich Kommt, Leute, tippt auf das Bildschirm, bitte Ich muss gegen MC Power gewinnen Gib mir ein Like, dass ich gewinn, Alter Ich muss kotzen, Alter Kommt, Leute Du bist wieder weg Du bist wieder weg Ich bin wieder weg Ich bin wieder weg Ich bin weg Ich bin back Ich hab aber noch einen Track am Laufen, Alter Mag Power ist Track Mag Power ist Track Ich bin wieder High So wie der da drüben, der ist auch wieder Stonehunders, Alter E-Mail E-Mail So, MC Power, drei Likes, Alter Thank you Mag Power ist back Läuft 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 bei mir, wa? Kommt, Leute Ich bin wieder High Ich bin wieder High Doch nicht von dem Scheiß, sondern nur von meinem Weib Ich bin wieder High Ich bin wieder High Ich bin wieder High Na, komm, Alter Sicky, Alter Komm her Revoir mich, Alter Wie oft denn noch? Bis froh im Sechser, oder was? Du musst ja Verlängerungskabel hier draußen verlegen Im Garten, Alter Wie viel Prozent hast du denn noch? 42 Okay Diese Runde noch Wow, danke für die Danke für die 1000 Likes, Alter Hört auf Insta, 1000 Likes, Alter 700 Ne 700 Likes noch Dann zeige ich euch mein wahres Gesicht Mein wirklich wahres Schweine, Alter Ihr Geilt Oh, Mann, ey Sicky Wolli Sicky Amina Amina, Kujum Jesse Hi, Servus Alter Geil Gib mir 1000 Likes Dort auf Insta Auf TikTok 1000 Likes Deine Welt geht kaputt Dort auf Insta 1000 Likes Kondra einladen Kondra-Kar einladen Ja, genau Heute hat mich eigentlich jemand angerufen Heute hat mich jemand angerufen Ich habe eine Nummer bekommen Der hat mich heute angerufen Hatte gedacht Hatte sich gesagt Ich bin verwecklicht Der wahre Kondra-Kar Obwohl man gesehen hat Es war bloß ein abgespieltes Video Wo in der Kamera war Nichts bei dir Was? Jemand hat mir Jemand hat geschrieben Deswegen Ich habe Geantwortet Shit, Damm Daniel, wenn du noch drin bist Drück auf das Bildschirm Ich muss gegen MC Power gewinnen Nein, Daniel Müller Sicky, Alter Ja, ich weiß, dass du das bist Ich kenne dich noch Drück auf das Bildschirm, bitte Ich muss gegen MC Power gewinnen Nee, Müller Schnauze Ja, danke So, Sicky Maler Ja, Mann Sicky Maler Sicky Maler Dankeschön Geil Müller Klick bei mir auch drauf Du Dreck-Sauer Ich kenne dich noch Dreck 소리 Se � Po Nein, nein, nein Passt du Doch Sicky Maler Sicky Sikim! Bäh! Sikim! Sikim! Ja, Mann! Das passt doch geil! Oh, die Schnauze! Sikim! Hurusbuck, Alter! Hurusbuck! Oh, Mann! Oh, nein! Hurusbuck! It's coming! It's coming! Hurusbuck! 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 Sikim! 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 Hamdurla, Bruder! Hamdurla! Ja, Hamdurla! Ja, Mann! Schnauze! Das sollst du bleiben, Alter! Uschi hat! Danke! Was gesendet? Oh, TikToks da! Als ob, Alter! Ja, das haben... Da stehen noch 20 Stück! Was? Seine zu knacken! Hörst du gerne mal! Der, Alas, der sagt... Hörst du dich! ...den pandemia lassen! Oh, Isabell! Sehr gut Westländer Schönes dabei Müller Geil Der Müller hat bei mir gemacht Geil Ehm von mir auch Da weiter weiter Gib mal 100.000 Abos Alter ihr Fotzen Geil Geil Mit Powers Back Oh Nein Unentschieden Ehm Nein Sicken Sicken Ach komm Holos Holos Schnauze Ja der Wong Du sagst den Akku geht bald leer Ja 39 Leute auf das Bild zum tippen Ach du Thank you Thanks I love the gynium Sicken Oh man läuft Hamdula Bruder Hamdular Hamdular Sicky Küsse da nach oben Hamdular Hamdular Bruder Hamdular Ja Ihr darf nicht vergessen Ich hab ADHS Bäh Ja Ich bin Geistig zurückgeblieben Geisteskrank Geisteskrank Ja genau Alain Husk Kühle 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 Bist eingefroren Ja Mann Alter Ich dachte du bist tot Kühle Kühle Husk Alter Gib mir 50 Likes Alter Wenn ihr die 5k voll macht Wow ich hab schon die 4k voll gemacht Thanks So wie gesprochen Gibts jetzt mein wahres Gesicht zu sehen Also halt euch fest Es kann doch etwas erschreckend sein Ich lieb dieses Oh man Ich krieg Hallo hier ist weg Bauer Live im Skate Alter Und ich sind blauen Augen Seht ihr oder was Nö Du bist echt einer Na Ich bin Harzer Meine gelben Zähne Ich bin Junkie Vom Vlog Ja Junkie So Das war's Jetzt müsst ihr mal die 6k voll machen Damit er es wieder sieht So einfach Wenn ihr jetzt die 5k voll macht Dann gibts mein Kopf noch zu sehen Jetzt sagst du Bei jedem Like Ein Körperteil Und wenn der mal eine Minute mir gibt Dann gibts Menschen dann zu sehen Ja Junkie Ich bin ja auch behindert Das kann er nicht Das Felix ich bin vorne bei Haus Elisabeth Nur zur Info Mac Power ist back Ja Mac Power ist Back Oh jemand hat mir Schrieben Überhebe kleinen Muss ich dann nochmal Oh endlich Sebastian Wenn du noch Da drin bist Drück auf das Bildschirm Wie kann man diesen Muster Mach auch die 1000 Abonnenten voll Bruder Ist es schon längst ausgeschalten Ach Mac Power Ach Mac Power Ja ist ausgeschalten Aufgeblasenes Gesicht Amdula Oh ne Nicht schon wieder Verrückte Oma Hallöchen Bist du das Gaby Ja Die Gaby Amdula Gaby Amdula Amdula Ja Ja Guten Abend Der Gewinner Hau rein Wollen wir noch eine Runde Oder gehen wir Off Hallo Ich will eine Ich will eine Herausforderung Für dich Eine Ehrenrunde Alter Ich will Dass du jetzt Sagst Sigg ihm ganz laut Alter Ja Näh Und scheiß Und der Erdogan Soll Geld scheißen Ja Dabei Darf ich das nennen Oder was Was Hudusburg Sigg ihm Und Geld scheiß Der Erdogan Sowieso Sagen Ja Genau Näh Alter Bei Live Nicht Alter Doch Das ist Das ist Der Da steht Genieß eine Dreiminütliche Ehrenrunde Und überleg dir Was der Verlierer machen soll Ja Ich mach gar nicht Alter Eine Lust Vorhin habe ich auch Dreimal gewonnen Ich hab dir nichts Gesagt Alter Da steht Aber das habe ich Jetzt erst gelesen Du Bauer Ja Du Bauer Aller Revanche Alter Du Hund Drecksau Nein Danke Aller Wurzburg Alter Mach jetzt Nein Danke Aller Nein Danke Aller Mach die 5k voll Dann gibts meinen Arsch Zu sehen Geh Wursch Alter Ja Komm Aller Wurstburg Alter Komm Gib mir 20.000k Alter 20k Alter Und dann gibts Mein Körper Komplett zu sehen Eine Runde Mache ich noch mit Alter Dann geh ich auf Okay Dann geh ich Oh mal langsam Kommt Leute Das ist die letzte Runde Zeigt was ihr noch drauf habt Aller Mac Power fertig machen Hallo den kleinen Türken Man muss mal Am Galgen ziehen Ihr Fotzen Aller Lasst Mac Power gewinnen Abonnenten geben Dann kann er sein Wurst nicht geben Sein Getränk nicht geben Euch Und dann Habt ihr es Wenn ihr den gebt Dann ist unsere Freundschaft Düber Sick Kim Sick Kim Jetzt macht er den schneller Ihr Bahn Ja man Danke Leandro Gib mir 6 Likes Alter Leute Gib mir 6 Likes Ihr Buschgenossen Ich muss eine rauchen Ihr macht meine Nerven kaputt Alter Danke schön Sick Kim Alter Ich muss quatsen Alter Ihr macht mich kaputt Alter Mit euren Scheiß Einschüchterungsversuchen Alter Einschüchterungen Ich will den Türken Immer unterstützen Alter Oh mein Ich bin auch kaputt Alter Weil ich Himmelkrund bin Ja Du bist auch kaputt Ah ja ja Von mir aus Ich brauche medizinische Hilfe Oh Mann Oh Mann Oh Mann MC Power Du bist durch Bitteschön Gib mir halt einmal ein paar Likes Bitte Leute MC Kräger Sick Kim Alter Du bist durch Die MC Krack Du hast dein Mikro zugedeckt Die MC Krack Drei Leute sind bei mir drin Kommt Auf das Bildschirm tippen Sick Kim Alter Macht das bloß nicht Alter Dann sind wir Feinde Kommt Macht das Okay Sick Kim Der Feuertoi von Bamberg Alter Ist on Tour Ihr Fotzen Wollt ihr den brennen sehen Die Türken Ja Da gibt's türkisches Fest Alter Auf der Bazarfläche Alter Gibt's Schweine Ich bin fertig Ich weiß Komm gib mir halt einmal ein paar Super Ein paar TikTok Stars Mann Gib dir ein paar Rosen her Wenig Ich bin ein armes Heimkind Komm Einer ist noch bei mir drin Bitte auf das Bildschirm tippen Die letzte Runde Komm jetzt Da wei Da wei Felix Klick bitte Klick bitte Zehnmal auf mein Bild drauf Bitte nicht Da wei Da wei Da wei Da wei Da wei Da wei Tricksdecker Dankeschön Jetzt plötzlich kommt keine Verwarnung mehr oder Ja du willst unbedingt dass wir gesperrt werden Nein Du versuchst es auch Ja und nachher meine tausend Abos wieder neu herkriegen Sehe nur für eine Woche gesperrt Und da ist wieder frei Oh Mann Drei Verwarnungen gibt's doch Ja drei Verwarnungen aber Wo du mal gezeigt hast dieses Teil Dann hat TikTok gesagt Noch einmal Dann seid ihr gesperrt Bei mir war nix Hopp Felix Klick einmal zehnmal auf mein Bild Bitte Da wei Da wei Ist echt nun gleich vorbei Mann jetzt bitte Klick nochmal zehn Schnell 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 Ich lach zu den Türken Der türkische Da gibt's dann Dönerfleisch Aus ihnen Dabei Okay Todesurteil unterschrieben Samstag bist du dran Geil Ich hab ne Verwarnung Geilo Geilo Oh scheiße Die haben Das System hat langsam nur gearbeitet Scheiße Den Sockencheck Oh Mann Alter Scheiße Fuck Die haben's doch entdeckt Das System Alter MC Power Ich geh Off Hallo Noch mal laufen Ich brauch tausend Likes Also ciao Leute Und Bis morgen Eventuell MC Power Meldt sich ab Morgen heißt es Eventuell wieder MC Power is back Bis dann Ciao Hoi Home Home Vielen Dank.